Musik Wie heißen Sie? Ich heiße Lia. Woher kommen Sie? Ich komme aus Luschnung. Was machen Sie beruflich? Ich bin kosmetischen Hausplegerin im zweiten Lehrjahr. Wie alt sind Sie? Ich bin 17 Jahre alt. Können Sie uns von Ihren Wirken erzählen? Ja, Sie haben ganz viel im Kultureffekt, viel Spaß zu tun. Ich helfe überall mit, wo es geht. Und ich bin auch froh, dass meine Freunde noch nie das Gleiche machen. Es macht viel Spaß. Und es macht auch Spaß, anderen zu helfen und zu schorfen, dass alle glücklich sind. Und das finde ich ganz toll. Warum setzen Sie sich für Ihre Mitmenschen ein? Was bewegt sich zu unseren Hirten? Ich setze mich gerne für andere Ehe, weil ich will, dass es auch noch gut geht. Gleich wie mir alle. Und wie gesagt, bin ich froh, dass meine Freunde genau das Gleiche machen. Und wir tun ganz viel und das freut mich einfach. Was bedeutet das viel Korinther für Sie? Es bedeutet mir ganz viel. Ich finde es auch ganz toll, dass man so etwas gemacht hat. Man kann auch einfach ganz lusten und auch viel mehr zeigen, was man Soziales macht und wo man überall mitmacht. Und ich finde es ganz toll, dass sich da verschiedene Leute einfach mitmachen können. Und ich finde das ganz gut. Was sagen Sie dazu, Sie nominiert worden sind? Das freut mich ganz. Ich bin auch ganz stolz auf alle anderen, die man nominiert hat. Das ist etwas Besonderes. Es hat mich brutal berührt. Und ich bin froh, dass auch viele wissen, was ich da mache und dass es nicht mehr so ist. Möchten Sie noch ansonsten etwas anmerken? Ja, und zwar, dass ich, wie gesagt, es voll gut finde, dass man das jetzt im Brot hat. Und für alle anderen, dass man einfach zeigen kann, was man alles machen kann und dass man Spaß dabei haben kann. Und ja, ich bin stolz auf alle. Wir danken Ihnen für das Gespräch und laden Sie recht herzlich zur Verleihungsveranstaltung am 22. Juni, 16. Juni. Danke. Danke. Danke auch vielmals. Eid nie. 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 Eid nie.